Wird das größte Glück auf Erden werden oder es wird die Hölle? Weißt du, hier hinten so ein Golf-Drei mit Bügel drin, Alter? Ein Traum der Wirklichkeit, Alter. Hallo, herzlich willkommen. Golf muss weitergehen. Hier auf Aikos Kanal. Es gibt endlich gute Nachrichten. Boah, das motiviert gerade. Wir haben immerhin eine 4-Pad-Sinter-Metallkupplung. Sinter ist ja nicht ein eigenes Metall, habe ich gelernt, sondern es ist gesintertes Metall. Gesintertes Material. Das haben wir auch im Drifter verbaut, ist ein wildes Ding. Auf jeden Fall aggressive Kupplung. Hält ein bisschen mehr Leistung aus. Ein Massenschwungrad mit Sinter-Metallkupplung. Ja, ein bisschen hat er auf die Fresse bekommen. Man sieht hier hinter dem Sinter-Pad die Verfärbung. Ja, gar keinen Stress machen, bitte. Das werden wir auch auf gar keinen Fall tauschen. Sieht super aus. Und die Sinter-Pads sind auch noch da tatsächlich. Also Kupplung müssen wir nichts machen. Die gute Nachricht des Tages, mit der wir in dieses Video starten. Jetzt hänge ich den auf den Motorständer, weil wir werden den Rumpf komplett rebuilden. Mit neuen Dichtungen ohne Omas Haushaltssilikon. Machst du den Zylinderkopf ab oder was? Nee, hatte ich nicht vor. Wofür auch? Ja, das ist auch komplett quatschig. Die Zylinderkopfdichtung ist... Die Dichtungen sind da, sie sind dicht. Schlange. Schauen wir mal. Die Spielheit spielt. Ja, okay. Wie geht das? Draußen habe ich jetzt mal geflutet mit Schimmel entfernt. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre Schimmel. Ja, okay. Oh mein Gott, Alter. Ich habe gerade nicht hingeguckt. So, wir spielen ein Spiel. Ja. Wie laut das zurückläuft. Schön, ne? Ja. Das ist mein persönlicher Entspannungsfach. Das glaube ich. So. Okay. Das haben wir spielen. Ja, das haben wir. Wir haben hier eine Seitenwand, ne? Hier ist er ja mal, keine Ahnung, wo rein gecrashed. Ja, da ist irgendwo, ist er mal hängen geblieben. Aber ich habe auch gesehen, guck mal, hier ist auch richtig viel Spachtel. Das ist schon Spachtel, ja. Da habe ich was gesehen und da dachte ich, da gucken wir doch mal. Ja? Gemeinsam. Okay. Was da passiert. Okay. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Hä? Ist das alles Spachtel? Guck mal, wie dick das da ist. Ja. Das dachte ich nämlich auch. Das wollte ich schon immer mal machen. Kennst du diese Instagram-Videos, wie die in Amerika das... Oh, ja. Dicker. Boah. Ah. Weißt du wie dick das ist? Das ist halber Zentimeter. Ich dachte der XL war heftig. Digga. Aber wie weit geht das denn? Haben die es komplett? Hä? Das liegt doch gar nicht. Da ist das originale Blech. Ja, da ist es. Also... Ich will hier auch nochmal... Ich will halt hier gucken, weil hier ist sowieso egal, wenn hier jeweils Spachtel drin ist. Da ist er. Oh, ho, 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 ho. Oh, ja. Der hast du noch nicht mehr abgeschlagen. Warte, warte, warte. Ich guck dir mal einen nach oben her. Oh, ho, 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 ho. Da ist er. Der Bondo. Shit. Boah. Also ich glaube diese Seitenwand kannst du komplett wegkämmern. Was mich aber wundert, weil hier ist wieder Blech. Da wo er nämlich lang gestriffen ist, da ist nämlich Blech. Ist da rein reingedrückt einfach nur oder? Nee, aber das wird auch anders aussehen dann. Das sieht mehr aus so bis hier so. Das ist komplett geil um den Tank rum. Ich hätte halt gedacht, die haben das hier so gemacht. Weil hier siehst du richtig, okay, hier ist übertrieben viel Spachtel. Aber dass sie das hier auch noch gemacht haben, das verstehe ich nicht. Weil hier haben sie ja einen anderen Tankdeckel eingebaut. Das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, was aber auch nicht so gut konserviert wurde. Wie man vielleicht erkennen kann. Ich weiß ja noch eine Runde weiter. Okay. Tschüss. Nachdem klar geworden ist, dass nicht nur der Motor komplett zusammengeballert ist, sondern auch die komplette rechte Seitenwand aus Spachtel besteht, habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal anzufangen zu putzen. Da kann wenig zum Vorschein kommen. Ich habe hier Gebissreiniger mit so einer coolen Tornado-Gun, die so einen Dampf macht, sag ich mal. Guckt euch das mal an. Die pulverisiert das Zeug. Ich habe das jetzt hier schon mal probiert an dieser Stelle. Das Ding war komplett schimmlig. Erstmal Schimmelentferner drauf. Dann dieses Zeug mit Gebissreiniger. Warum Gebissreiniger? Da ist aktiv Sauerstoffzeug oder so drin und das haftet da ganz toll dran und pulverisiert den Schmutz einfach weg. So, und schon hast du 90% von dem Dreck am Tuch und das Ding ist weitestgehend sauber. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und den nächsten Schock hatte ich eigentlich schon und ich wollte es eigentlich auch nicht veröffentlichen Echt? Warum? Warum willst du das denn verheimlichen? Sag mal, hallo? Um irgendwie da noch rauszukommen aus der Nummer, aber... Schwierig Wir gucken uns jetzt mal die Zylinder an. Ihr müsst wissen, der Motor wurde bei 188.000 überholt, der Kopf zumindest. Und dann nochmal von einem der Nachbesitzer überholt. Also ich habe Kontakt mit dem zweiten, nachdem dieser Turbo-Motor aufgebaut wurde. Der hatte das Auto bis 2019. Und da war alles Gucci. Da war alles Gucci. Jetzt geht's Gucci im Endeffekt. Jetzt ist es nicht die... Wir schauen mal, was wird. Hey, cooles Enoskop. Danke. Okay. Habe ich gefunden. Ja. Aber Eiko, deine Prognose zu den Laufbahnen. Ja, die hast du mir ja schon gespoilert. Ich würde sagen... Ich sage dazu nichts. Ich würde sagen, du guckst da gleich einfach mal rein. Vielleicht siehst du es eh... Ja, sag mir dann schon mal, welcher Zylinder doof ist. Hallo. Wir wählen einfach den aus. Also es sind alle. Aber wir wählen einfach den aus. Ich glaube, es ist der dritte. Ist ja ein Eisenschwein, das Ding. Wo die Vorwelle schon so steht. Weil hier ist er auf OT beim ersten. Also kannst du mal in den dritten reingehen und Schlange müsste irgendwie versuchen, das Display einzufragen. Jetzt gucken wir gleich. Ja, ich sehe was. Ja, da haben wir ein bisschen. Ja. Ich weiß mal nie, wie tief das ist. Siehst du da irgendwas an Kreuzschliff? An Kreuzschliff? Nee, viel Oxidation. Rostnarben hier. Kreuzschliff nicht so richtig vorhanden. Bis dahin geht der Kolben nur. Also der oberste Kolbenring geht bis hierhin. Ja, Kreuzschliff. Das kann natürlich auch an der Kamera ein bisschen liegen. Wir hatten den ja schon in den verschiedensten Motoren drin. Und bei meinem M50 hat man den Kreuzschliff perfekt gesehen. Ja? Ja. Du siehst eigentlich nichts Besonderes. Ein Kolben, Kreuzschliff, alles gut. Was auch ein Stahlschwein ist. Ist auch ein Stahlschwein, ja. Ja, okay. Es sieht ein bisschen doof aus. Also die Riefe ist am heftigsten, ne? Und das ist ein Zylinder. Seht ihr das? Das war jetzt einfach der erste, wo wir den reingehalten haben. Ja. Das habe ich aber schon schlimmer gesehen, ne? Ja. Gib ihm... Ne, wie war das? Sechseinhalb? Gib ihm kalt. Ne, sechs... Ist er kalt? Gib ihm sechseinhalb. So war es, ja. Und los geht's! Mhm. Ja. Da legt der Kolben sich an, ne? Ja, vielleicht wurde bei der Überholung der Kreuzschliff nicht ordentlich gemacht, denke ich mal, ne? Ich glaube nicht, dass der jetzt weg ist durch Verschleiß, sondern dass der einfach nicht ordentlich gemacht wurde. Dass die Rauigkeit nicht tief genug war. Das würde ich doch nur jemanden kennen mit so einer hohen Bürste. Ja, okay, aber es ist jetzt auch nicht katastrophal, ne? So ein bisschen Laufspuren sind halt da. Hier, guck mal, da, ne? Sehen die Leute das? Nicht, dass es wieder spiegelt alles? Ne, ich sehe. Oh. Na gut, Kamera sagt, jock, dann dich. Also du sagst, wir lassen es einfach so? Ja, klar. Okay, dann lassen wir es einfach so. Also ob dir das, das kommt, du kannst ja nochmal Kompressionen, hast du ja, glaub, hast du das gemessen? Ja. Würde ich nochmal messen, aber wenn das alles so in einem Feld ist, also keiner besonders abfällt, würde ich den einfach fahren so. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen für diesen Motor bestellt, unter anderem einmal Ansaugbrücke ab, Ventildeckeldichtung, alle Dichtungen vom Block, die jetzt mit Silikon halt eingeklebt sind, einfach so ein paar Sachen. Also wir werden jetzt nicht die Kopfdichtung hier runterholen, das hat ich schon entschieden. Bei der Kopf wurde es schon überholt, geplant, gemacht, getan, alles gemacht. Auch Kopfdichtungen sind keine 10.000 alt, deshalb sehe ich da auch ehrlich gesagt keinen Sinn, da jetzt irgendwas rauszuholen. Diese Seitenwandthematik bleibt jetzt erstmal bei diesem Endstand. Massiver Schaden. Ich hätte niemals gedacht, dass es da unter so aussieht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das jetzt angehen würdet. Aber kommen wir jetzt nochmal zu unserem Silikonfreund. Da sollten gleich die ersten Dichtungen geliefert werden. Deshalb werde ich jetzt schon mal versuchen, da dieses Silikongedichtete Wasserrohr rauszuziehen und hier am Ölwasserwärmetauscher die Sandwichplatte. Das sieht zur Abwechslung mal ganz gut aus. Ich habe jetzt hier den Kopf einmal runtergenommen. Ich glaube mal, der eine Vorbesitzer bei Instagram hat auf jeden Fall recht gehabt. Der Motor wurde mal überholt. Ansonsten hatte ich hier so eine Stelle, wo ich mich auch gefragt habe, warum hier diese rote Dichtmasse war. Habe ich einfach mal abgemacht, aber keine Beschädigung darunter. Vielleicht hat er da mal ein bisschen was verloren. Und Ventile sehen sehr frisch aus, aber das sehen Einlassventile meistens. Aber die sehen schon wirklich sehr, sehr frisch aus. Das sieht auch aus, als wären hier die Anlageflächen der Ansaugbrücke mal geplant worden. Also die Ölwanne an sich sieht jetzt echt nicht dramatisch aus. Hier ist so eine Metallgummidichtung, ganz normal. Die gute Nachricht ist, guckt mal hier in den Pickup rein. Da ist kein Silikon. Das ist super. Ich denke mal, dass der Ölkreislauf weitestgehend nicht betroffen ist, weil diese ganze Haushaltssilikongeschichte, die war immer an Wassersachen dran. Das heißt, wir laufen hier nicht Gefahr, dass wir bald den Silikonmotortod sterben. Hier sind ebenfalls keine Rückstände in der Ölwanne drin. Also keine Silikonabreibung oder sowas. Da seht ihr nochmal Haushaltssilikon und die Motordichtmasse. Sehr merkwürdig alles. Motor, keine Vollkatastrophe. Kann man jetzt ein paar Teile neu lackieren und wieder reinwerfen. Jetzt brauche ich nur noch ein Getriebe und hoffe, dass er dann läuft. Wenn ihr dieses Projekt weiterverfolgen wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.